Tag, Ballard. Haben Sie so etwas schon mal gesehen? Noch nie. Warum stößt jemand einer Leiche ein Messer in die Brust? Und gleich sechsmal. Und wie kommt sie überhaupt auf den Boden? Gute Frage. Sie ist ja wohl kaum da rausgehopst. Was ist mit dem Knabler an der Tür? Vermutlich ist er vergiftet worden über die Wunde an seiner Hand. Genaueres wissen wir nach der Autopsie. Ob Sie es glauben oder nicht, Berichte über einen solchen Fall existieren tatsächlich und zwar aus Europa. Sie stammen aus der Zeit der großen Depression.